Jahreshoroskop für die Schützen für das Jahr 2024 Liebe Schützen, das Jahr 2024 verspricht eine aufregende Reise voller Chancen und Herausforderungen. Jupiter, ihr Herrscherplanet, wirkt positiv auf ihr Zeichen ein und bringt Glück und Wachstum. Dies ist die Zeit, um ihren Horizont zu erweitern, neue Abenteuer zu suchen und ihre Träume zu verfolgen. Dennoch sollten sie auch darauf achten, nicht zu impulsiv zu handeln, sondern bedacht und strategisch vorzugehen. Erstes Quartal, Januar bis März Das Jahr beginnt mit einer starken Energie, die sie dazu ermutigt, ihre Ziele zu setzen und hart daran zu arbeiten, sie zu erreichen. Sie könnten in der Liebe und Karriere auf positive Überraschungen stoßen. Seien sie offen für neue Beziehungen und berufliche Möglichkeiten. Finanzielle Belohnungen könnten in diesem Quartal kommen, also seien sie bereit, kluge Investitionen zu tätigen. Zweites Quartal In diesem Quartal konzentrieren sie sich darauf, ihre zwischenmenschlichen Beziehungen zu stärken. Kommunikation wird der Schlüssel sein, seien sie also klar und ehrlich in ihren Gesprächen. Auch kreative Projekte könnten besonders erfolgreich sein. Achten sie darauf, sich Zeit für Entspannung und Selbstpflege zu nehmen, um Energie für kommende Herausforderungen zu sammeln. Drittes Quartal Juli bis September Die Sommermonate bringen eine Phase der Selbstreflexion. Überprüfen sie ihre Ziele und Pfade und seien sie bereit, Anpassungen vorzunehmen, wenn nötig. Seien sie vorsichtig in finanziellen Angelegenheiten und vermeiden sie übermäßige Risiken. Ihre Intuition wird stark sein, also vertrauen sie auf ihr Bauchgefühl. In der Liebe könnten bestehende Beziehungen auf eine neue Ebene gehoben werden. Viertes Quartal Oktober bis Dezember Das Jahr neigt sich dem Ende zu und sie könnten positive Veränderungen in ihrer Karriere sehen. Neue berufliche Möglichkeiten könnten sich auftun, also seien sie offen für Herausforderungen. Ihre kreative Energie erreicht einen Höhepunkt, also nutzen sie sie, um innovative Projekte zu starten. In der Liebe könnte es eine Zeit der Stabilität und des Engagements geben. Insgesamt verspricht das Jahr 2024 für Schützen, Wachstum, Glück und Erfolg. Nutzen sie die positive Energie, seien sie flexibel in ihren Ansätzen und bleiben sie offen für die Möglichkeiten, die das Universum für sie bereithält. Viel Glück auf ihrer Reise! Wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Kanal abonnieren. Wir veröffentlichen nicht nur aktuelle wöchentliche Horoskope, sondern auch Informationen zu Sternzeichen und vieles Wissenswertes dazu. Klicken Sie dazu unten auf den Button Abonnieren und verpassen Sie die neuen Videos nicht mehr. Haben Sie vielen Dank für Ihr Interesse!